warte ich hatte ich hab ich gehabt im spiel da etwa ja hallo chinks im kürzeln auch wir haben eine runde gg aller sechs leute es musste den stream wieder um die hälfte ich lass das jetzt da drin ich bin einfach ok ich bin ich noch mal nicht gegen den 6 deckt das ist mal sehr schön oder kann schlecht sein ja kann auch schlecht sein vor allen dingen wenn das 2 team jetzt als fahrer mercy kommt warte ich bin mir nicht sicher ich glaube das sind keine araber also wird es keine fahrer mercy sein oh mein gott ich habe ich habe einen host bekommen danke für den host moin moin also what the fuck oder guten abend ja aber hallo es war grad hart verwirrt einfach ich hab dich noch nie unverwirrt gesehen ja das stimmt cool der zweite host in meinem leben bloß das der erste für ohrwats jetzt muss jetzt muss die erste donation kommen dann ist er völlig am arsch gehen wir durch die mitte am punkt oder würde ich sagen leute bei der ersten donation beende ich den stream danke dafür live goal activated dann donatet er weil er sagt oh ich will weiter schauen nein man kann man kann für mich noch nicht Fuck. Ich wollte gerade einsteigen, deswegen. Oh, fuck. Geh weg. Oh, jetzt ist die Tracer wieder da. Und schluss. Alter. Okay. Wenn es einen Helden gibt, den ich neben Mei nicht mag, dann ist der Fall. Geh weg. Er braucht mein Weg. Nein, nein. Ich stehe immer noch. Ah. Okay, we groupen. Zurück, zurück, zurück. Ja. Safe. Ey, die Kreierassisten. Sie sind auf Soldier. Also, Roadhog von links. Als ob er den Hupstil kommt. Oh, fuck. Der Genji ist so hoch. Ja. Okay, Olde is ready in 2 seconds. Roadhog ist hinter euch. Was ist Tracer? Ja, und den Genji. Okay, Ultimate ready. Hä? Wir müssen die Ult jetzt irgendwie da rein kriegen. Wir haben schon wieder fast... Okay, nein. Wir haben schon wieder, äh, 4 Ults. Bitte. Hm, deswegen, die... Lass mal von der Seite rein. Bin grad dabei. Guck mal, du liest meine Gedanken. Super Hilfe. Alles bereit. Schön, Einhell da raus. Oh, schön. Die war doch Mech. Ich mach jetzt mal nen unnötigen Call. Genji Deflect ist raus. Wir können also auch... Es gibt keine unnötigen Calls. Doch, zu viele Calls. Genji ist raus. Genji ist raus. Genji ist raus. Wir sind... Tracer kommt hinten durchschlossen raus. Votog ist... Hier haben wir... Ach hier... Votog kommt. Votog kommt. Aua, ich lebe. Shatter wäre bereit. Next. Genji ist so hoch. Genji ist so hoch. Die war doch Mech. Votog down. Fokus, Genji. Okay, Genji hat Orb-Aufsicht drauf. Anna sind wir noch im Raum. Wo ist der? Heilung, Einhard. Ich hol mir mal schnell, das ist ein Mad-Kid hier. Oh mein Gott, Genji behind. Der, die Anna ist da noch. Die wird der Gieber. Voll ab. Votog von links. F von links. Votog, Votog, Votog. Oh, der ist hoch. Ich lerbe wieder. Danke, ich leb wieder. Nice. Na, eigentlich ist das Ding. Hab ihn. Oh, nice. Pfff. Super schön. Richtig schöner Kill. Wir haben schon wieder 5 Ulfs. Ja. Sorry, ich konnte das nicht ansagen. Das musste jetzt raus. Alles tierlich, alles gut. Alles gut. Weil er einfach gut wird. Pass auf, wegen der Ash. Ah, Gieber ist links. Also rechts. Okay. Land ult ist raus. Gerade geboosteter Votog. Auch fast. Ich lerbe. Kann mich jemand dagegen healen? Okay. Ich bin Anti. hier. Ja, nice. Das Ding haben wir. Ja, nice. Nein, irgendwas ist da drauf. Ash. Nein, die Anna. Anna um die Säule. Okay, das überlebt die Anna nicht. Nice. GG. Schönes Ding. Schön. Schön. So muss das. Nimm mal die Einspielphase. Hm. Schnau. substituer. Okay. Ich bin nochmal die erste. Damit die classes sind functional. Das sind Felser an der Seite. Roadhog ist links. Barriere ist down. Oh, ich fang raus. Echt low, echt down. Perfekt. Ach, ich schlaf. Sehr gut nachts rein. Aha, danke. Fels on point. Okay, holen wir uns. No recall. Okay, gut. Ah, ich will die Tracer so gerne anchargen. Mhm. Kann ich mir so gut vorstellen. Ich hab ne Headshot passiert. Einer Headshot. Nein, Headshot. Oh mein Gott. Die Pulsform wollte ich fressen. Aber okay. Ich bin out of mech. Alter, der Headshot von der Echa hat gedessen. Ja. Mei, kommst du rein? Okay. Okay. Shatter ist gleich bereit. Nein, ult auch fast. Größer aus links. Nicht mehr. Ich hab neulich. Die Pulsform. Okay. Okay. Fuck. Fuck. Fiff! Nein! Ah, wir haben noch... Ähm, äh, Mei-Ul. Ich muss da raus, ich muss da raus, komm irgendwie. Komm zurück, Mei-Ul. Danke, danke, danke. Oh mein Gott, da ist ein Roadhog. Waren wir vollständig? Äh... Ja, ich glaube, ich wohne... Roadhog ist links. Nein, ich bin down, fuck. Wer ist da hinter euch? Roadhog down. Slashun, Slashun, Slashun. Jetzt müssen wir rein. Wer ist das denn? Es ist aufm Highground. Ja, nice, Objective zurück. Er ist nicht so gesprungen. Er ist nicht gewastet. Alter, nice, das Ding. Geh, geh. Ich hab grad nur reingesprayt, ich schwör's. Fracer ist hinter uns, Fracer kommt hinter uns. Kommt durch die Treppen. Ne, pass auf. Wir müssen uns nach Will-Endpunkt splitten. Weil ich glaube, in so einem Flieberbomb können wir schon nicht. Roadhog ist oben. Roadhog runtergeschubst. Flieg Roadhog. Help, help, help. Ich larve. Mach. Mach. Geh. Vorsicht, die Überbomb. Ne, ist kein Killgul. Sokut die Ender. und und alles aber es gibt es jetzt mit dem hand so ab war er voll im tunnel jazke ich hab's gemerkt was zur heule was war da los das war sick, nice, schön sick Das wird jetzt Play of the Game, so 100 pro. Ja, ein Stab. Was? 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 Was hast du gemacht? GG würde ich sagen, Alter. Was hat... Das war... Hä? Du hast assistet während ich... Du hast mich gehealt, während ich das gemacht habe. Haha, schön. Ja, das war viel besser. Ja, das war... Ja, das war... Ja, das war viel viel besser. Das war... Awesome. Eret den Support. Aber welchen? Äh, äh... Defensive... Bäh! Hallo, ich habe schon Highlight gekriegt. Das ist ein Argument. Ja, das ist ein Argument. Hab auch. Vor allem, weil das ein echt schlechtes Highlight war. Ich guck mir jetzt mein Highlight selbst an. Ich bin aber gespannt, ob der Storm Arrow ist. Ja, der war irgendwie schon nice. Das stimmt. Das war halt nur ein Storm Arrow, ne? Mhm. 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 Wie viel... Ja, wenn... Ich glaube, das wäre ein Süß-Spray, oder? Zwei Gegner mit einem Storm Arrow töten, oder? Nee, das ist der 4k. Okay. Mit meiner Heilung. Wo hab ich denn mein Energy hingestellt? Fuck. Das ist mein letztes. Den hast... Den hast du doch leer getrunken. Ja, ich hatte noch eins. War nur noch halb voll. Jetzt ist es noch... Keine Ahnung. Immer diese Suchties. Ja, Energy. Ja, Energy. Meine... Meine einzige Droge. Ja. 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 Ja.